Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf dir ein noch ein Ticket und heute wieder spielen War Spare Online. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, also ich lasse mich mal überraschen. Viel Spaß. Und hier ist das Spiel. Ich bin Red Baduck. Ich glaube, ich muss hier mit dem quatschen. Okay. Hört ja endlich was. Ah, ne, ein bisschen leise. So, jetzt muss ich da hin, denke ich mal. Er läuft schon mal automatisch, das ist gut. Vor allem mit meiner Hand gerade. Arbeitsumfang gehabt heute. Ich hab daraufhin noch Bit. Was ist dadkkarinnen? Wie geht's model? yes Zumusémentương. ich muss da also mit dem teil hinterher ich konnte mir nichts aussuchen konnte ich mir was aussuchen ich meine ich konnte mir nichts aussuchen es zeigte mir gerade kein pfeil mehr an also muss ich auch irgendwo eine quest haben charakter wirst du ich bin ein magier ich bin ein magier die seite aus dem wund und die seite aus dem wund ich bin ein magier 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 ein okay Joachim Das ist da der grüne Punkt. Das ist da der grüne Punkt. Das muss ich jetzt hier machen. Das ist da der grüne Punkt. 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 Ach, da ist er doch. Eigentlich ein sehr interessantes Spiel. Das ist da der grüne Punkt. Richtig. Also sprich, es dauert bis. Oh, was passiert? Habe ich das Gefühl? Das ist da der grüne Punkt. Nö. Auf keine Zeit. Da oben muss ich. Ah, warte. Da unten auch was. Das ist da. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich schlaufe gleich ein. Quest. Dann gehen wir da rüber. Ich schlaufe gleich ein. Ich schlaufe. 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 Bevor ich wieder einschlafe, werde ich das Spiel verlassen. Tut mir leid. Dann würde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn du mit dir dabei bist. Bis dann, wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen.